Ich musste schon um 4 Uhr aufstehen, um bei uns den ersten Zug zu nehmen, um pünktlich um 6.30 Uhr in Kita Kamakura anzukommen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass meine Lehrerin mich morgens vor dem Event noch angekleidet hat. Und um das zu machen, brauchten wir eben ein bisschen Zeit und haben uns schon so früh getroffen. Aber ich war auch nicht die Einzige, die so früh da war. Es waren noch 3 andere Leute, die auch schon mitgeholfen haben und Sachen vorbereitet haben. Und als ich ankam, war es halt schon auch noch eine sehr Morgendämmerungsstimmung. Und das hat mich für den Tag eigentlich sehr gut eingestimmt. Aber Kita Kamakura ist wirklich schön. Es ist ein sehr kleiner Bahnhof in einer ziemlich schönen Ecke. Und dort sind auch super viele Schreine und Tempel und sowas. Und als ich dann an dem Tempel angekommen bin, habe ich kurz meiner Lehrerin Bescheid gesagt, dass ich da bin, weil ich nicht so genau wusste, auf dem Tempelgelände, wo muss ich hingehen. Denn der Tempel selbst hatte um diese Uhrzeit noch geschlossen. Also durch den Haupteingang hätte ich gar nicht reingehen können. Aber es gibt halt einen Seiteneingang, wo mich dann einer von den anderen, die auch schon da waren, abgeholt hat. Und dann sind wir zusammen in den Vorbereitungsraum gegangen. Meine Lehrerin und eine andere Mitschülerin haben dann zusammen mir den Kimono angezogen. Das Witzige ist, dass der Nakajuban, also diese mittlere Schicht zum Anziehen, die ich gekauft habe, eigentlich ein Nakajuban für den Sommer ist. Und sie beide so ein bisschen waren, hä, der ist doch für den Sommer. Dann hoffe ich, dass die heute nicht zu kalt wird. Ja, es ging aber trotzdem. Dadurch, dass man den drunter zieht, ist es jetzt nicht so super auffällig gewesen. Aber ansonsten hatte ich halt auch alles, was ich brauche, tatsächlich gekauft. Das heißt, es hat nichts gefehlt. Meine Lehrerin hat es sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, mir noch einen anderen Obi mitzubringen, wo sie das Gefühl hatte, dass der ein bisschen besser passt. Und dann haben wir sozusagen auch nochmal die Kombi an Obijime und dem Obi-Yage, was ich ausgesucht hatte, nochmal geändert. Das Ganze hatte ein bisschen länger gedauert, als meine Lehrerin, glaube ich, erwartet hat. Ich hatte das Gefühl, dass das Hauptproblem daran war, dass meine Proportionen halt schon sehr anders sind, als die Durchschnittsproportionen einer Japanerin. Also so oft, wie meine Lehrerin und meine Mitschülerin gesagt haben, oh, deine Taille ist so dünn. Dadurch hatte ich schon das Gefühl, dass das irgendwie nochmal ein bisschen schwieriger für sie war, mich anzuziehen, als wenn ich halt sehr gerade Proportionen hätte. Und es für sie wahrscheinlich einfach ungewohnt war, wie sie das jetzt am besten machen, sodass es eben auch gut aussieht. Am Ende wurde die Zeit ein bisschen knapp, aber wir haben alles hinbekommen und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass sie das gemacht haben. Gegen 8 Uhr kamen dann auch nach und nach die anderen und dann gab es nochmal zur Einstimmung für den Tag die Möglichkeit an, ich sag mal, einer hat Gebet von den Menschen teilzunehmen. Wir haben das Ganze an einem Tempel durchgeführt und ich weiß nicht so ganz, was der Mönch jetzt genau gesagt oder gemacht hat. Ich habe auch daran teilgenommen. Ich muss gestehen, dass ich mich mit dem Buddhismus nicht so sehr auskenne, obwohl Tee-Zeremonie ja auch sehr buddhistisch geprägt ist. Ich habe aber einfach mal alles mitgenommen an dem Tag, was geht. Und danach ging es dann schon ziemlich direkt los. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass es halt das Tee-Zimmer gibt. Und daneben gibt es halt einen Vorbereitungsraum, wo man eben dann auch das Misoya hat, also das Wasserzimmer mehr oder weniger, wo halt eben ein Wasserhahn ist und ein kleiner Bereich, um halt Nutinien abzustellen und zu säubern. Und dort haben wir halt auch noch ein paar Tische hingestellt, um eben die Süßigkeiten vorzubereiten. Wir hatten zwölf Gäste pro Durchgang und nur der erste und der zweite Gast haben eben Matcha aus dem Kessel im Tee-Zimmer bekommen. Und aus Zeitgründen hat es eben sehr lange gedauert, zwölf Leuten aus dem Kessel Matcha zuzubereiten, werden dann eben die restlichen Matcha sozusagen aus dem Vorbereitungszimmer gebracht. Und es ist dann so, dass natürlich eine Person immer den Tee zubereitet hat im Tee-Zimmer und die anderen von uns haben dann eben hinten Sachen vorbereitet und vor allen Dingen auch Sachen reingebracht. Das ist vom Timing her immer nicht ganz so einfach, daher mussten wir immer genau drauf achten, was passiert gerade im Tee-Zimmer. Meine Lehrerin saß halt mit im Tee-Zimmer und hat auch immer ein paar Sachen gesagt, so den Utensilien, aber eben auch Hinweise an die Gäste. Und anhand dieser Sachen, was sie so gesagt hat, konnten wir immer so ein bisschen abschätzen, was halt gerade passiert und wie wir vom Timing dran sind. Aber es ist auch so, dass meine Lehrerin dann eben so saß, dass sie einer Person, ohne dass man es groß gesehen hat, immer ein paar Zeichen geben konnte. Und im Teeraum ist es auch sehr dunkel. Dadurch ist das jetzt auch nicht so, dass die Gäste das halt direkt immer alles mitbekommen oder so. Und das Ganze haben wir dann neunmal gemacht. Und jedes Mal war halt jemand anderes, derjenige, der den Tee zubereitet hat und bei den ganzen anderen Sachen haben wir auch immer so ein bisschen gewechselt. Ich glaube, der erste Durchgang lief noch ein bisschen holprig, aber es war auch schön zu beobachten, wie wir uns halt alle angestrengt haben, damit wir halt es immer ein bisschen besser hinkriegen und halt insgesamt einfach die Gäste auch eine schöne Erfahrung haben. Ich war dann um 12 Uhr dran, den Tee zuzubereiten. Und das ist halt das, was eigentlich am aufregendsten ist. Das Ganze raus und rein bringen, wenn man da ein paar Fehler macht oder alles nicht so 100 Prozent macht, das finde ich ist nicht ganz so schlimm. Aber wenn man dann den Tee zubereitet, dann gucken natürlich alle auf einen. Und es gibt viel mehr Dinge, an die man denken muss und so. Und das ist dann schon sehr aufregend. Ich muss auch sagen, dass ich relativ zufrieden war für das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, wie gut ich es hinbekommen habe. Natürlich durch die Aufregung läuft es nicht ganz so gut, wie wenn man das hier alleine zu Hause oder eben auch bei der Tee-Schule übt. Ich hatte auch das allererste Mal ein Kimono an, während ich das mache, tatsächlich. Und ja, das hat auch noch mal ein, zwei ungewohnte Sachen mit sich gebracht. Also man hat ja dann sehr lange Ärmel und die sind mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen in den Weg gekommen. Am Anfang habe ich einen kleinen Patzer gemacht. Da ist mir der Schöpflöffel fast runtergefallen. Aber ich glaube, so wie ich es gehandhabt habe, war es okay. Und am Ende habe ich einen ganz kleinen Fehler gemacht. Da habe ich einmal die Teeschale mit der falschen Hand genommen. Das ist aber nichts, was, glaube ich, groß auffällt. Das ist nur was, was ich gemerkt habe. Und ich habe da auch auf den Rat meiner einen Lehrerin gehört. Wenn man merkt, dass man einen Fehler macht oder gemacht hat, dann sollte man einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Und einfach weitermachen, damit das eben nicht so auffällt. Und ich habe in dem Moment halt, kurz bevor ich die Teeschale dann auch wirklich gegriffen habe, gemerkt, oh, das ist die falsche Hand und wollte sie kurz zurückziehen. Aber ich habe mir dann gedacht, nein, ich mache jetzt einfach weiter. Und dann ist das, glaube ich, auch gar nicht weiter aufgefallen. Was ich ganz witzig fand, war, dass meine Lehrerin auch den Gästen gegenüber natürlich angesprochen hat, dass ich nicht Japanerin bin und trotzdem sozusagen mich damit beschäftige und das lerne. Und sie hat halt an der Stelle mich einfach sehr gelobt und meine Lehrerin in Deutschland sehr gelobt, dass sie sozusagen mir das beigebracht hat und so. Und das hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass sie das gemacht hat, auch weil es natürlich irgendwie immer ein bisschen unangenehm ist, wenn man halt vor anderen Leuten so sehr gelobt wird. Insgesamt ist es dann auch so, dass das Ganze viel schneller vorbei ist, als man denkt. Also jeder Slot ist 45 Minuten und es ist halt so, dass man auch nicht die 45 Minuten lang wirklich Tee zubereitet, sondern als ich reingegangen bin, waren schon die ersten fünf Minuten vergangen. Und als ich rausgegangen bin, waren, glaube ich, noch so 10, 15 Minuten übrig. Das heißt, im Endeffekt ist man vielleicht so 20 bis 30 Minuten da drin und macht das halt. Und dadurch, dass man sich konzentriert, geht es halt wirklich super schnell vorbei. Aber ich glaube, insgesamt lief es halt sehr gut dafür, dass es halt das erste Mal war. Es hat mir aber auch gezeigt, dass ich üben sollte, das Ganze mit einem Kimono zu machen, weil es halt eben doch nochmal ganz andere Aspekte mit sich bringt. Zwischendrin war es dann so, dass jeder von uns ein Bento bekommen hat, wo wir uns dann eben doch abgewechselt haben, dass jeder irgendwie Zeit hatte zum Essen, weil eine wirkliche Mittagspause gab es eigentlich nicht. Und meine Lehrerin hat auch nichts gegessen, weil sie natürlich bei jedem Durchlauf dabei sein musste. Und ich fand das sehr erstaunlich, dass sie das durchziehen konnte. Aber vermutlich ist sie auch sehr aufgeregt gewesen. Es haben aber auch alle darauf geachtet, dass sie wenigstens zwischendrin was trinkt und wenigstens ein, zwei kleine Sachen isst und zu sich nimmt. Das war auch schön zu sehen, dass sich da alle Gedanken um sie gemacht haben, weil sie eben, sag ich mal, am beschäftigsten von uns allen war. Und am Ende, als der letzte Durchgang vorbei war, haben wir alle einen Matcha getrunken und eben auch eine von den Süßigkeiten bekommen, die die Gäste auch bekommen haben. Und danach haben wir dann noch zusammen ganz viele Fotos gemacht. Und natürlich haben wir alles zusammen aufgeräumt. Das ist auch immer dann ein großes Gewusel irgendwie. Aber dadurch, dass alle helfen, geht das dann auch relativ schnell. Und ich bin immer erstaunt, wie koordiniert dieses Gewusel auch irgendwie ist. Und ich habe dann natürlich auch den Kimono ausgezogen. Und dann wollte ich meiner Lehrerin den Ubi zurückgeben, den sie mir ja mitgebracht hatte. Und dann meinte sie so, nein, nein, nehmen Sie den mit, nehmen Sie den mit. Und ich war so, okay, ich kriege schon wieder was geschenkt. Und ich habe mich auch noch ganz doll bei ihr bedankt. Aber es ist immer so überwältigend, wenn sie halt einem so viel schenkt. Am Ende des Tages war ich aber ganz schön geschafft. Deswegen habe ich jetzt diesen Laber-Part auch an einem anderen Tag aufgenommen, um einfach nochmal so ein bisschen mit Abstand das ganze Revue passieren zu lassen und an dem Tag auch dann einfach zu entspannen. Ich war dann halt, glaube ich, gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr oder so wieder zu Hause. Das heißt, ich war wirklich 16 Stunden außer Haus. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einen Einblick in das Ganze damit geben. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich kann versuchen, da noch ein paar mehr Einblicke zu geben, wenn es irgendwas Spezifisches gibt, was euch interessiert oder so. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken und auch den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder.